hallöchen ihr lieben und willkommen zu einer spontanen demo auf diesem kanal ich möchte als allererstes sagen ich habe schon in meinem umfeld erzählt dass dieses spiel nichts für mich ist bei schiff kämpfe und ich kann schiff kämpfe nicht aber ich meine es gibt gerade immer noch eine demo und ich gucke mir das jetzt mal an und dann weiß ich auch für mich dass es wirklich nichts ist ja und ich dachte ich nehme euch mal mit mal gucken ob das was wird ich werde auch keine acht stunden demo spielen ich gucke jetzt hier mal rein aber dann weiß ich okay ich hab's ich hab's mal gespielt aber ist halt nichts für mich so deswegen also hier steht eine acht stunden demozeit und spielen wir einfach mal oder ja das kann in bones weiß nicht ob ihr das spiel kennt wenn ich gucken uns das jetzt gemeinsam an so wir werden aber vielleicht die grafik noch mal ein bisserl anpassen weil das konnte ich bis jetzt noch nicht jeden fall kamera rütteln aus das ist mir wichtig das machen wir auch mal dass es vielleicht besser für die aufnahme so was können wir hier einstellen so 60 fps max hat das jetzt gespeichert ja okay audio müssen wir dann mal gucken falls es nicht hinhaut ja immer noch ich mach mal hoch und hier ein bisschen runter ich weiß ja eigentlich müsste ich genügend kapazität haben aber ich mach mal ein bisschen rote bewegungsunschärfe never ever schärfentiefe weiß ich auch immer nicht ob ich das so mag so so ähm okay ähm steuerung wird uns sicherlich noch mitgeteilt so 8 stunden übrig kostenlose demo ich drücke jetzt auf spielen und ich hoffe mein pc schafft das hihi der anbruch des kapitalismus unternehmen so mächtig wie nationen beherrschen die see und die ertragreichsten handelsrouten der welt mit eiserner faust schlagen sie eine schneise der tyrannei und ausbeutung und entfachen ein krieg um die globale vorherrschaft eine flut exotischer waren aus dem indischen ozean schafft neue bedürfnisse und füllt die schatzkammern mit münzen an denen blut klebt und wo blut ist da lauern auch raubtiere da ist ja 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 Äh, ja, wird ein bisschen angeeckt. Ach so. Das Blatt wendet sich. Wir schaffen es, die Exeter nach Sensoren zu bringen. Wo muss ich überhaupt hin? Die britische Flotte! Alle auf Gefechtsstationen! Diese kleinen Fische? Nehmen wir aus ihrer Lade und versenken! Feuer frei! Oh... Alle feiern! Los jetzt! Die sind so gut wie erledigt! Hier kommt das Flaggschiff! Zersenkt das Kriegschiff! Wir wollen den großen Schatz! Ignoriert die kleinen Fische! Wir rollen jetzt! Reaktive Kraft! Wir sind mit uns angelegen, jetzt zu helfen! Hab ich schon endlich Muni? Wir wollen die Schatzone! Ich mache sie nicht! Wir wollen die Schatzone! Wir wollen die Schatzone! Waaah! Waktive Kraft! Ihr habt Angst? Waktive Kraft! Waktive Kraft! Waktive Kraft! Waktive Kraft! Jetzt los! Feuer! Wir Törengen Piraten wissen nicht, worauf wir euch einsetzen! Feuer heil! Die Stuttgartel, offenbar rein! Ich weiß nicht, ich soll die kleinen Schiffe ignorieren, aber das kann ich nicht. Warum nicht alle? Es sind zu viele. Die Stuttgartel, die Stuttgartel, die Stuttgartel! Feuer! Wir sind auf die Pest! Feuerflug! Wir sind jetzt von der Wege! Wir sind der Stuttgartel! Spass uns allein! Nehmt die Verfolge raus! Eko! Neut die Reichen! Feinden wir noch weiter! Wir halten uns los ab! Geheimnis! Was? Ihr Stück geht weit unter! Die Gottesdreizweite! Die Gottesdreizweite! Halt ihn auf! Der Unterausforderer muss sich mit unseren Kanonen messen! Kein Entritten in Deckung! Wir werden sterben! Skrlochs Ladung ist verloren! War jetzt alles umsonst? Wärst? Wärst! cooling Oh, das sind wir. Habe ich mal. ich kann ja noch mal alles anpassen ja ich weiß jetzt nicht wo die ganzen tattoos und sowas dann sind mein eispirat brauchst du eigentlich auch ein bisschen so tattoos und so haben wir so machen wir erst mal ohne erstmal ohne vielleicht kann man es nachher noch ändern sieht schön aus haare würde ich jetzt auch so lassen gesichtsbehaarung brauche ich jetzt eigentlich nicht aber fortsetzen los geht's das schicksal meint gut mit dir du musst freemans glück geerbt haben glück verflucht sein die briten und der nebel und was führt uns captain wessler auch in diese untiefen wir haben überlegt und finden dich um diese dau zu bemannen ich würde sagen unser glück nimmt fahrt auch was du hast diese gier in den augen diesen ausdruck sah ich schon bei so vielen anderen ich bin sicher du wirst uns nachsinn anführen um zum piratenparadies zu kommen müssten wir den weg kennen hier ein logbuch das wir beim tag hatten so wie tinte und pergament enthüllt sich das schicksal blatt für blatt und oft liegt es direkt vor uns vielleicht hilft dir das deinen weg zu finden meine freundin macht dich nützlich er ins ruder ehe die briten zurückkehren ich gehe ans segel der wind ist mit den furchtlosen folgen wir ihm einer der überlebenden muss doch den weg nach cent an kennen möge freemans glück uns halt sein okay das sieht schon eigentlich ein bisschen cool aus sie kann doch schneller trimm die segel ein großes lager auf der insel gegenwind wie kann ich das segel wieder einholen ich habe menschen gefunden gegen ok an lagerfeiern oder kochtöpfen kannst du nahrung zubereiten der pfetzige herr von gegrilltem essen erhöht sofort die ausdauer der besatzung gekochtes essen gewährt ausdauerregeneration und sogar einzigartige stärkungen ich habe weder fisch noch hei ja das blöd ist überall gut in den kisten ah guck mal hier jetzt kann ich kochen was ist das ladungsverzeichnis brigatte exeter 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 kapitän abel rassler waren an bord im eigentum von johns gerlach also ich muss sagen mein charakter hat halt so ein bisschen also wenn ich jetzt aufhöre zu laufen läuft sie gefühlt noch drei meter das muss ich glaube ich ein bisschen berücksichtigen ähm grillen mehr taste kann drei drei fisch gegrillt ok oder grill ich grad noch ne ist schon fertig das ist x lege auf der insel an die auf deinem kompass markiert ist ok dann gehen wir jetzt dorthin wo wir hin sollen es ist voll komisch weil ich ja nicht weh gedrückt halten muss zum fahren sondern ich ja einfach einmal weh drücke dann sind die segel unten ich habe trotzdem noch nicht so ganz verstanden es verbraucht immer ausdauer kann ich nicht auch irgendwie fahren ohne warum hat man schon eine schlagseite das war knapp im wind ich kenne mich halt jetzt nicht so aus in der schifffahrt muss ich sagen ich finde einen weg deine dauer zu reparieren und segeln das zahlen n hier kann ich wieder kochen ich möchte noch was ihr kennt mich ich muss looten aber sieht nicht so aus ich sagte ich sagte kärten wrestler dass das schiff so überladen ist wie eine trächtige sau wir haben zwar die briten im nebel abgehängt aber auch den kampf gegen die elemente verloren und nun die exeter ist an diesen untiefen zerschellt und ich bin von saufnasen umgeben die glauben dieser teufels felsen sei ihr untergang und wo wart ihr captain als die exeter von britischen fregatten gehetzt wurde zweifellos habt ihr euch in eurem quartier verkrochen wie ein dreckiges bilden schwein ich habe gekämpft und überlebt ja und du hast es halt einfach vermasselt na was bringt uns eure tollkühnheit wenn sie uns auf diesen untiefen stranden lässt ihr wollt nach st anne natürlich genau wie der rest der betrunkenen bande die hier auf ihren erschen sitzt doch wenn wir mit leeren händen zum piraten fürsten zurückkehren sind wir unsere posten los wenn er uns nicht vorher das fell über die ohren zieht bergt was in diesen haiverseuchten gewässern von skrlocks fracht übrig ist nur dann verrate ich euch den weg zum piraten paradies piraten abkommen nach dem untergang der exeter ist skrlocks schmuggelware in den umliegenden gewässern verloren gegangen berge schmuggelware des piraten fürsten um sie gegen informationen über den seeweg nach st anne einzutauschen annehmen gut gut ich gut ich okay ich ähm das ist nach norden abgetrieben fragt es vom brack nach norden abgetrieben da kriegen wir schon hin wo ist norden da ist norden dieser offizier trifft beim angel das meer nicht aber wenn er den weg nach sein land kennt brauchen wir skrlocks ladung die leichen vielleicht müssen wir sie durchsuchen aber hab ich nicht erst schon was gekocht ist schon wieder ein hai das ist nicht gut warum hab ich unten keine mal müsste ich nicht unten da in dem steuerungs rad ding müsste ich da nicht gut gemacht das sollte reichen ich wollte aber noch mal zurück da ist doch noch mehr lud ich brauche das bestimmt alles muss alles mitnehmen dann habe ich nicht eigentlich eingestellt dass man die spieler nahmen der anderen nicht sieht besser die hose voll als auf 10 zu sterben dachte ich mein schiff hat schon wieder schlagseite oh drauf gesetzt aber es hieß ich hab genug ja ich geh dann oh da hinten ist ein fragezeichen gewesen da muss ich hin und da ist auch irgendein zeichen da muss ich auch hin was ist das hier die leichen die leichen die leichen müssen wir sie durchsuchen er hat brechstange ja die habe ich nicht was macht hier so krass ich wollte dahinter da war ein fragezeichen da war ein fragezeichen da ein zerbrochener mast auf der insel könnten dort überlebende sein kollision ich habe das übrigens gerade gesehen ich habe ein limit in meinem wir sind so müde kapitäni in der insel in der insel warum greift er mich an darf der mich überhaupt angreifen bin ich nicht in ordnung bin ich nicht in ordnung ich glaube links unten das wird controlling das funktioniert noch nicht so richtig oder Fundgebung bezüglich der ergreifung von Captain Urico Freeman durch die Gnaden des Königs von Frankreich Verteidiger des Reiches werden wir darüber in Kenntnis gesetzt dass der berüchtigte Captain Urico Freeman zusammen mit anderen Schurken Schiffe der Kompanie in seinen Besitz gebracht hat darunter das niederländische Schiff Schadu mehrere Akte der Piraterie auf hoher See begangen hat Captain Freeman und seine Komplizen sind nunmehr als Feinde der Menschheit zu betrachten diese Verbrecher konnten der gerechten Strafe für ihr Verbrechen gegen die Zivilisation und den Arm des Gesetzes entrinnen indem sie sich auf die Weite des Indischen Ozeans verteilten bei der Ergreifung besagter Piraten soll äußerste Vorsicht walten bringt sie zum nächsten Magistraten oder Offizier bis weitere Befehle folgen seine königliche Majestät sichert eine Zahlung von 50.000 Silbermünzen für besagten Kapitän Captain Freeman und ein Fünftel der Summe für jeden Komplizen zu sowie eine Freisprechung von sämtlichen Akten die an besagten Verbrechern verübt werden wir lesen am 18. Tag des Januar 1691 Kopfgeldjacken 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 ok das hier ist gesperrt ich weiß nicht vielleicht wegen der Demo oder weil wir noch nicht soweit sind ok kann ich dir helfen sagen sagt nicht ihr gehört zu Resslers Mannschaft ihr seid ein Passagier wie ich ja wir waren zu fünft in einer Dau nach dem Schiffbruch dann kamen die Haie es ging so schnell Resslers Mannschaft half uns nicht die lachen nur für mich ist es zu spät doch eure Füße mögen die freie Küste St. Hans noch betreten äh ich hab hier Klamotten gesehen kann ich die mitnehmen Schuhe und so schade ich bin Pirat ok ich würde das sonst nie machen aber ich bin ja ein Pirat ich muss nehmen was ich kriege so aber die erste Folge von der Demo würde ich jetzt hier schon mal beenden nächste Folge ich weiß nicht warum sie sich jetzt gedreht hat äh fahren wir dahin wo wir hinfahren sollen ne gucken wir uns das doch mal an und ja ich sag jetzt einfach mal bis morgen zur zweiten Folge äh bis dahin macht's gut tschüss